Herzlich Willkommen zur nächsten Woche von Super Smash Bros. Ultimate Klassik! Ähm, so, schauen wir uns kurz mal... Ach Gott, damit! Ich schlug mich grad dümmern, als die Polizei erlaubt. So. Äh, ich mach dir kurz zum Shop vorbei, schau, ob es das Gutes zum Kaufen gibt. Für 300, vergiss es. Zurück zum klassischen Modus. Klassik! Klassik! Alle sind da! Oder viele. Mal schauen, wir haben keine Reihe fertig mehr. Da in der ersten Reihe fehlt uns Dark Samus und Luigi. In der zweiten fehlt uns ein gewaltiger Hoff. Aber zuerst spielen wir jetzt einmal mit, würde ich sagen... Hmmmm... Ridley! Ridley! Nehmen wir das. 3,7! Unser Startwert, unser Richtwert! Ich muss gleich mit Martin and Samus kämpfen. Nooo! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ja! Ja! Das hat funktioniert! Komm wieder! Komm, spring hoch! Spring hoch! Goddammit! Au! Au! Ich stelle mich ganz dünner, als es eigentlich sein muss! Okay! Unerwartet, aber nicht unwillkommen! Unwillkommen! Okay! Leilat System ist das nächste! Los! Los! Los jetzt! Ich habe andere Sachen zu tun! Hier stehen wir im Weg! Mehr oder weniger! Runde 3! Bereit? Los! Und das war's! Und die Picnic sind auch weg! Gut. Nächste Gegner sind... Wow. Wirklich. Okay. Hubeck. 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 Tschüss. 6,2 Meta Knight gegen Metal Ridley. Perfekt. 7,1. Und... Loser jetzt. Vielleicht hätte ich warten müssen... Ne. Dass ich warte bis ich dieses ulti Smash machen kann. Sicher nicht. Oh jetzt kommt der Stank. die zeit für speed obwohl so groß ist ja ganz schön schnell nichts vergessen nein ich glaube der wird auf ja ich ja schon Schon nicht hier, schon nicht hier Ah, tschüss! Ah, fast Masterhand und Crazyhand, ich hätte irgendjemanden erwartet, egal Upsen, absolut Das ist ein Witz, oder? Der Lacker trifft damit. Obwohl ich ihn eher dodge mache. Nein. Au. Du weg. Ernsthaft, the fuck? Da. Stirb. Ah, ich habe besser sein können. 8,7. Ich glaube, wir haben es besser geschafft, als mit dem Wii Fit Trainer. Ich glaube, besser. 0,1. Das hätte ich je erwartet. Raterlos mit dem Ridley. Ridley. Sparkman. Und? Welter wir? Ich warte mal.